So, hallo und herzlich willkommen zu heute auf 8 von der Ausgabe und zum letzten Viertelfinale, 8. Finale, mein Gott. Und hey, den kennen wir doch irgendwoher, ne? Orlando Silva, sü, sü, sü. Die gute Diana, ich glaube auch die einzige weibliche Teilnehmerin in diesem Turnier, also die Chance mit Orlando Silva, mit Orlando Silva ins Viertelfinale einzutreten. Genauso wie der gute Eliminator WWE, der spielt mit EC3. Was kommt denn jetzt? Ich glaube, ja. Ladies and Gentlemen, EC3. Fantastisch. Fantastisch. Er war ja früher auch bei der WWE, bei NXT. Derek Bateman. Oh man. Und das letzte ist im Ring, kommt Alberto El Patron. El Patron. El Papi. Papi. Kajones. Übrigens, ich weiß, er ist im WWE-Spiel, habe ich gerade erfahren, habe ich schon wieder vergessen, glaube ich. Aber aktuell ist ja eh in Indies, von daher habe ich es mal durchgehen lassen. Und ich war in Not an Teilnehmern, weil die Leute, die sich gemeldet haben, wir nicht da waren. Und dann haben wir spontan Leute genommen, die sich angeboten haben und da waren leider nicht so viele. Naja, ich bin gerade wieder kurz davor, meine Fächer zu wählen für mein nächstes Semester. Und ich habe das letzte Semester ja ein bisschen sausen lassen, habe nur zwei von sechs Fächern Prüfungen gemacht. Ja, und hatte, und muss jetzt wieder eine Fremdsprache wählen. Und ich kann entweder Englisch erweitert machen, ich kann Spanisch machen, ich kann Russisch machen, ich kann Französisch machen. Oder ich glaube, Japanisch könnte ich auch machen, aber da bin ich nicht so ganz sicher. Da gibt es ja Anfängerkurve immer nur alle paar, drei Jahre. Und ich bin halt echt stark überlegen, anstatt Englisch weiterzumachen, weil ich glaube, so viel lernen werde ich da eh nicht, weil ich da nicht oft hingehen werde. Habe ich aber letztes Mal gemerkt. Ich bin ja überlegen, dann einfach simples Spanisch hinzulernen. Ich könnte es ja vielleicht wütlicherweise, wenn man so das Öftere mit Spanisch sprechenden Leuten, bei der GWF oder so, mit Orlando zum Beispiel, oder mit Kommandanten zu tun hat, dann wäre es doch bestimmt ganz nützlich, oder für Unentschieden, oder irgendwie so. Französisch hatte ich ja leider schon, vier Jahre in der Schule, und ich habe es gehasst. Naja, und ich glaube nicht, dass Französisch mir so krass helfen wird. Wo denn auch? Ich meine, Spanisch spricht man in Spanien, Portugal, nein, fuck, fuck, Portugal spricht man Portugiesisch. Mist! Aber die sind sehr ähnlich, ne? Mexiko, so ist das Land. Mexiko, das war's. Guck mal, dann könnte ich mit zwei von den drei mich hier unterhalten. Das wäre doch was. Oder will ich sie so halb verstehen? Wahrscheinlich auch nicht verstehen in einem halben Jahr. Und ich würde eh wieder 90% der Stunde schwänzen. Naja, egal. Franz, rede mal Spanisch. Ich kann auch noch kein Spanisch. Ich habe ja gesagt, ich bin kurz, ich bin auch überlegen, welches Fach ich wählen will. Naja, back to the action. EC3, El Patron und Orlando Silva. Ich nehme auch nicht Russisch. Russisch ist mir zu hart. Das hätte ich auch in der Schule gehen können. Ich habe nur schlechte Zimmer über Russisch gehört. Und wer spricht denn bitteschön Russisch? Ne? Wer spricht denn bitteschön Russisch? Naja. Auf geht es hier. Wir sind hier im letzten Achtelfinale. Und danach haben wir alle Konkurrenten für die nächste Runde. Also das Viertelfinale. Keine Ahnung, wann das stattfinden wird. Aber wenn das fertig ist, dann kann ich auch endlich einen richtigen Turnierbau machen. Für die Grafiken. Dann, ähm. Der Post-Production kann anfangen, die Folgen hochzuladen. Ja. Naja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wenn hier die Oberhand, ähm, sich ergaulert wird. Regeln sind weiterhin klar. Und zwar Pinnvoll nur noch Finisher. Oder man hat bereits zwei Finisher gezeichnet. Kann man jederzeit pinnen. Maximal viel Call of Slots. Maximal Overall 90. Wow, mein Gott. Und Submissions nur siegbringend gültig, wenn man eine Submission macht, die ein Finisher ist. Oder ein, äh, Signature Move. 10 bis 8 auf Spanisch. Konnte ich mal. Äh, und das Dres. Quatre. Oder war es Französisch? Sings, äh, Senka, Octa. Ich weiß das doch nicht mehr. Keine Ahnung. Mein Gott. Und das Dres. Mann, ich konnte mal bis 10 auf Spanisch. Das hatten wir doch mal... Warte mal, das haben wir doch im Let's Play gemacht, ne? Haben wir im Let's Play nicht mal bis 10 auf Spanisch gelernt? Ich habe wieder alles vergessen. Auf Japanisch kann ich bis 10 zählen, ne? Ich, nie, san, g, go, rock, sit, touch, q, do. Das kann ich noch. Aber nur weil ich acht Jahre lang gerade gemacht habe. Und dann haben wir immer bis 10 gezählt auf Japanisch. Um, äh, weiß ich nicht, wenn wir irgendwie Liegestütze gemacht haben oder so. Damals konnte ich auch Liegestütze machen, so 20. Und dann war ich auch fertig mit der Welt. Aber es ging damals. Und dann haben wir bis 10 gezählt und dann haben wir wieder von vorne angefangen. Naja. Oh je. Okta war Griechisch. Ja, mein Gott. Als Gleiche. Alright. Hat irgendwer jemanden gepinnt gerade? Hat ihn hingeguckt? Hat Diana, hat sich gerade beschwert. Raus mit dir. Raus mit dir, der Diana gerade gepinnt hat. Das geht nicht. Aber jetzt kommen wir wirklich mal zum Mensch. Die Anfangsphase kann man gerne mal ein bisschen überladen. Ähm, ich sehe hier der Rio, der hier ansetzt. Zu einem Comeback-Moment. Da war EC3 auf der Hut. Sieh das Ganze kommen. Und oh, oh. EC3, der ist glaube ich jetzt ein bisschen angearscht. Weil er kann jetzt durch den Dubuff überhaupt nicht kommen. Denn Rio jetzt mit dem Turtle World Backbreaker Ansatz gelingt ihn. Oh. Orlando wollte reinspringen. Wollte einfach auf dem bereits liegenden EC3 eine Aktion ausführen. Aber der hat sich leider schon weggerollt. Hm, 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 hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wunderbar gemacht von der Rio. Hab nicht hingeguckt. War bestimmt ein Ensogile oder irgendwie sowas in der Art. Schnappt sich jetzt Orlando. Ansatz zum Cross-Arm-Breaker. Aber Orlando kennt natürlich seinen Latz, Mann. Wow. Backstabber. Woohoohoo. Nice. Ja. Schnappt sich jetzt den Support des Publikums. Und wer, hey, jeder mag ein Orlando Silver. Wer sieht die nicht gerne im Ring? Wie kann man Orlando Silver nicht mögen? Oder so einfach Orlando Silver und schnappt sich dadurch die Energie und kann dadurch noch mehr hervorrufen an Selbstvertrauen. Aber keine Ahnung, bleibt ja gar nicht von EC3. Ich merke immer wieder, ich bin kein Kommentator und versuche irgendwelche Phrasen zu erfinden, die es so nicht gibt. Dann fällt mir ein, ach Franz, du bist... Deutsch ist nicht so dein Ding, ne? Und vielleicht soll ich es tatsächlich mit Spanisch probieren. EC3, Ansatz, Double-Arm-Dealty. Kommt, was kamer. War das ein Finisher? Ich hab keine Ahnung. El Patron in Riesengefahr. Zwei. Das war Knap Bio, ne? So, Spanisch. Un, dos, tres, quatro, cinco, ses, siete, ocho, octo. Nr. Diz. Dann keine Ahnung. Danke, Lux-LP. Wieder der Corkscrew Slingshot. Splash daneben. Naja, was soll man machen? Der war ein bisschen super müde. ein bisschen bisschen possum gespielt oder wie er es heißt und dann den arm verträgt der rio was macht er hier ich dachte schon ich habe nur auf die fernse gehören erneut auch orlando mit am start und kickt einfach mal beide um krass krass was dieser original luchador der einzige der exklusiv in deutschland antritt und zwar für die german wrestling federation hier so zeit das ist unglaublich jetzt gegen easy 3 hat anscheinend auch seinen gegner studiert weicht dem ganzen aus und versucht selbst kapital zu schlagen oh oh orlando silva mit der möglichkeit backstabber nein oh oh daraus wird ein frankensteiner wunderbar gemacht el patrón und der rio tja fuck el patrón und holandes über corkscrew slitshot plätschern nach draußen mein gott aktion nach aktion ich komme überhaupt nicht hinterher das ganze zu kommentieren ddt wir merken schon das ist ein sehr schnelles match mit vielen aktionen mit vielen spektakulären manövern man weiß gar nicht wozu man zu essen gucken soll während el patrón seine ganze aggression gegenüber orlando silva auslässt sieht sich easy three das alles von der seite aus an besteigt jetzt wieder den ring kommt von hinten mit den füßen oder auf orlando silva drauf das sieht man selten so in dieser kombination jetzt müsste das cover gehen war noch gar kein füße schirm würde den jetzt ansetzen kommt er jetzt weapon nein schmeißt el patrón einfach nach draußen und easy three im regen sucht er jetzt die siegbringende aktion an el silva ein schritt macht ein schritt voraus world-stronger slam stop und man leute forearm shot einfach weggefegt oh oh das war's ende und aus easy three eine runde weiter ich leg mich fest ich leg mich fest und eins zwei was macht der patrón da und kann nicht mehr oh oh kurze fixpin ist das der sieg darf überhaupt pin nein mein gott el patrón el patrón die patrón die patrón gegen den silberstein jetzt im ring Silver Content Oh 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 Turn the wall Nein Fujimaru Oh oh Komm Der hat jetzt Elphatron Nein, 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 nein Easy 3 Easy 3 daneben Äh, dazwischen Daneben auch Jetzt neben Silver Zeigt einen Backstabber Und alle drei Dieser Kollegen zeigen wohl Ganz gerne Backstabbers Scheinen Oh oh Small Package Small Package Darf er den überhaupt zeigen? Hat er schon zwei Finisher gezeigt? Ich glaube, er hat bisher Das 1 oder 1 gezeigt Das ist ein Headlock Driver Ich weiß nicht, wie er ganz Wider bei ihm heißt Was wird zu machen? Stop it, Silver Silver jetzt auf den Beinen Das Konter Schmeißt jetzt Easy 3 auf den Boden Der Rio jetzt wieder im Ring Wird aber zu Boden gebracht Um den Fireman's Carry Takedown Silver, Silver, Silver Sucht die Mitte des Rings Jawbreaker Klassische Wrestling Aktion Werden ihm diese Einen Sieg bringen? Er hat sogar schon drei Finisher gezeigt Ich hab's nicht mitgekriegt Danke Sammy Für diesen Hinweis EC3 Sehr smart Sucht die Verschnaufspause Bekommt sie auch Damit er mit einer Sieg bringen Aktion Vielleicht Dieses Match für sich Entscheiden kann Und damit eine Runde Weiterkommt In das WWE 2K7 Turnier Das Friends Turnier Um potenziell Neuer Number One Contender zu werden Für die Lappenway Championship Turnier Herr Cessars Takedown Wie aus dem Bilderbuch Silver Hat diese Aktion gelernt Von Altimo Guerrero Und den anderen Äh Wie heißt der nochmal Ach keine Ahnung wie er heißt Nochmal Turtle Wolf Head Scissor EC3 Am Apron Was macht er hier? Er sucht wieder bloß die richtige Gelegenheit Kann das sein? Auf geht's in den Ring Nein Silver Silver jetzt mit der Möglichkeit Vielleicht mit einer Diving Aktion Das Unmögliche Möglich zu machen Nein Oh Dropkick Und ich habe Das Bilderbuch angesprochen Und erneut Bekommen wir Für Minute Für Minute Eine Seite aus diesem Bildschirm Bilderbuch präsentiert Mit wunderschönen Aktionen Enchilade-Klatsche Dann eben Jetzt wird auch noch Ein Vertikaler Suplex Auf die Raph gezeigt Oh Mann Ich glaube die Spielen ein bisschen damit Dass das Ganze hier Notis Qualification ist Oder? Oh oh Torture Wreck Wow Backbreaker Ne wie heißt das Wreck Attack Von Nicky Bella Die macht das auch Die macht den Scheiß aus Oh oh Jetzt aber Headlock Driver Allein noch Silver Komplett aus der Reichweite Und wenn er jetzt alles richtig macht Ist das Match vorbei EC3 Eine Runde weiter Eins Oh Da hätte ich gedacht Das soll Ende Silver Da da nicht mehr hinkommen Schade 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 Das wäre ein schönes Ende gewesen Silver Silver Mit dem Im Herzen eines Kämpfers Bekommt ein Speer ab Und Verschwiert jetzt etwas Schmerzen In der Herzregion vielleicht EC3 EC3 El Patron Beide Teilweise bei den TNA Unterwegs gewesen Weiß das glaube ich gar nicht Mit TNA Das haben sie doch Komplett gedroppt Was auch immer Jetzt El Patron Wieder aus dem Ring Was macht hier wer Fire Spannend 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 Was wir in diesem Letzten nach dem Finale Erleben Oh Daneben Falsch kalkuliert Aber muss ja auch nicht Überall gute Matte sein Um das zu sein Muss ich ein oder zwei Finisher zeigen Zwei Also du musst Du kannst auch nur Ein Finisher zeigen Und danach pinnen Aber nach zwei Finisher Kannst du Ähm Jederzeit pinnen Das war's Oh oh Flamcheck Das war ein Sintermove Silver Was hat er vor Geh dir in den Ring Guck den Falschen an R3 musst du drücken Diana Oh oh Frank Steiner Wow Komm Leute Hört ihr die Zielrufe Wer jetzt Wenn jetzt jemand Ziel Ziel chatten würde Weiß wüsste man Nicht ganz für wen Die sein würden Sie werden gerne genutzt Um alleine Silver zu befeuern Anzubefeuern Und der Rio Zu befeuern El Patron Entschuldige Auch El Segueri Daneben Und wenn jetzt Silver Nur noch ein bisschen Mehr Ausdauertakt Dann ist die Enchilade-Klatsche Nicht mehr weit Und damit der Sieg 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 Oh oh Holy Macarani Geh fürs Kammer Geh fürs Kammer Der Rio noch auf den Knien Wenn der Rap etwas schneller zählt Eins Zwei Und das war's Und das war's Ja Das CCC Hat für niemanden was gebracht Am Ende wurde es Jerry Bateman Aka EC3 Oder Ihren Kader Ja Was haben wir spannende Matches gesehen In der 8. In der 8. Finale Welches war euer Lieblingsmatch Schreibt's doch mal in die Kommentare Und ich würde sagen Wir sehen uns dann demnächst wieder In den Viertelfinals Vier Stück an der Zahl Wo acht Leute insgesamt aufeinander treffen In vier Matches So Dann Halbfinale Und dann Finale Und dann haben wir irgendwann ein Ende Für die Lappenweg Championship von Roman Holy Shit Daumen für cool Euer Franz Bis nächstes Mal Haut rein Und Ciao